So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Kart Live, ein Survival Game in Wellpub Optik. Das hier ist unser neues Häuschen, oder eine kleine Station, in dem Talkessel hier, wo wir damals Gold gefunden haben. Ich brauche aktuell verdammt viel, na, wie heißt's, Steine, solange wir noch am Bauen sind, daher mache ich mal kurz mein Inventar so, teilweise ein bisschen leer. Was jetzt auch immer mal zu kämpfen kommt mit Golems, Goblins und was hier sonst noch rumspukt. Das noch hoch, Holz, ach komm, Holz lassen wir. Aber wir brauchen auf jeden Fall erstmal noch richtig viel Stein. Deshalb mal zu. Ich möchte hier nachher eine schöne Decke draufziehen, eventuell dann eine Treppe nach da oben, weiß ich noch nicht. Golem, 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 Golem. Golem Prototyp, das ist ein einfacher. So, fein. Golem Augen. wohl sind irgendwas fallen wir mal den berg und schreien schon wieder die wölfe und das nächste loch in der erde hier noch die zweite zeit sollte ich gewinnen so ich muss mal ganz kurz hier eine fackel anbring ich sehe hier einen scheiß dreck so zwei vielleicht baue ich mir hier in dem häuschen auch noch ein schmelzofen dass ich dann doch nicht zurückreisen muss das war meine kupferne axt die kann ich nicht hier herstellen ok eisen eisen axt um eisen abzubauen dann 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 ich sehe es kommen dann dann zieht sich eine riesen höhle fest dann dann so die wölfe heulen auch schon gemerkt dass ich in der falle sitze so da ist die fackel also in die richtung da oben sitzen wolf na komm runter ok dann komm ich hoch so 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 jetzt normales kupfer kupfer so ich weiß irgendwann sitze ich wieder da unten in der mine und irgendwelche höhlenspinnen kommen und ich bin wieder zu blöd da rauszuklettern hier war auch noch kupfer so jetzt raus da ist mein haus ähm stein brauchte ich ja trotzdem noch direkt die nächste kupferader so kupferader kupferader alle und wo sind wir jetzt ja steiner bauen ich muss ja echt an die ganzen berge serpentinen bauen oder irgendwas so kein normales durchkommen hier so 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 wie stein so 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 Mist, abgestürzt. Na gut, dann jetzt erst mal zu unserem Haus zu machen. Ich werde jetzt ein paar Wände bauen. Und zwar erst mal ganz normale. Nur sie werden vernünftig große Fenster haben. So, wie viel können wir davon herstellen? Oh, Moment. Wir haben ja Fackeln. Die werden wir natürlich auch anbringen. Da. Da. So, hier und vielleicht noch eine, hier so. Das schaut schön hell aus. Hier geht's nicht drauf, weil es so eine schräge Wand ist, okay, mehr Stein hatten wir schon wieder nicht, es ist Wahnsinn, alles rein, alles rein, Fackeln können wir aufheben erst mal. So. Da drüben. Ich komme nicht da rüber. Mist. Gut, wir bauen mal kurz ein paar Treppen. Größter Unsinn, hier auf diese Seite Brücken zu bauen, aber egal. So, jetzt mit Schwung, wir haben es geschafft. Das passiert, wenn man richtig faul ist. Nicht mal einen Weg suchen. Mhm, falsche Blumen, falsche Blumen. Komm, komm auf den. Was soll denn, Mist. Ich bin hungrig, verdammt. So, drei. Kommt, ihr idiotischen Koblenz, lasst mich doch mal. Weg mit euch. 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 so was noch was noch brauchen wir noch mehr davon wahrscheinlich hier kommt ein paar mehr auch noch ein paar ich weiß gar nicht genau kupfer kupfer wird immer gelootet vielleicht müssen wir uns auch mal ein haus aus kupfer bauen so Untertitelung des ZDF, 2020 Ach kommt ihr Goblins, ihr verfolgt mich doch irgendwie. Nächste von hinten. Hier geht's rein. Ist das Gold? Kupfer? Zwei. Eins? Das ist Gold. Okay, Gold gefunden. Zumindest das erste. So. HARRIS? Be Hutu. Urme. альной. agner. Beer. äine. Beer. Cash. tor quickel. Die. Errung. Derkst laptop. Dassv Ah. Die. Derkst dobr. Derkstinum. Immer ran da. So, ich muss mal ganz kurz eine Fackel wieder aufstellen. So. Jetzt können wir weiter Gold schürfen. Oh, und ich sehe gerade, es wird Zeit, die Folge zu wenden. Deshalb, tschüss und tschau, bis zum nächsten Mal bei Card Live. Tschüss, tschau, bye, bye.